Aber in der Halle hat es eh so eine hohe Temperatur. Ja, wir haben nur 33 Herren, so wie gesagt 20 Damen, dann Senioren und Jugend auch noch und jetzt ist das 1 zu 0. Noch 28 Tarts für Hannes Schnier gefallen. Das bedeutet die Möglichkeit für Hannes Schnier hier 2 zu 0 Führung zu gehen. Wir sind schon bei 30 Tarts beim Hannes, ja? 31. Mit 31 Tarts, aber trotzdem schon 2 zu 0 Führung für Hannes Schnier, der jetzt das dritte Leg auch beginnen darf. Okay, 16 Reds, Rest der Mannes Schnier, Hannes Schnier, die wird er betreut. Oh, Spiel ist weg, wir brauchen es bitte wieder. Den Plan hat den Matchdart versenkt und wird in die Kabelrunde aufsteigen, das ist schon klar. So, ich werde jetzt da wieder rausschauen und...